Stülgeschwungene Formen auf jeden Fall, mega geil. Das hier ist so eine Kombi, die mir richtig gut gefällt. Gibt es auch jemanden aus Deutschland, der das macht. Den hatte ich schon mal vorgestellt. Du hast ja die Kaffeemaschine und den Snackautomaten in einem Gerät. Plastik oder das ist Stahl, verkromter Stahl. Auch da leider wieder weiß von innen. Aber trotzdem schöne Lösung, finde ich. Jetzt kommen wir zu Silav und ich bin gespannt, was es bei Silav Neues gibt. Dann wollen wir gleich mal über den Stand rüber schlendern. Silav finde ich cool. Wie gesagt, ihr seht das, als wenn das Produkt schwebt. Alles ist schwarz, denn das Produkt muss immer im Vordergrund stehen. Klar sind Edelstahlspiralen und sonst irgendwas immer schön. Aber schwarz, dass du nicht abgelenkt wirst. Und wenn das im Dunkeln ist, dann mit der Designlinie unten und oben nochmal. Das macht auf jeden Fall richtig was her. Das kann man dann auch auf die eigenen Firmenfarben quasi anwenden. Das ist unser Flaggschiff quasi von Silav, könnte man sagen. Dieses Steckschloss an der Seite ist jetzt auch abschraubbar. Wenn man die Geräte zum Beispiel zusammenstellen möchte, macht es natürlich Sinn, wenn das Ding dann auch abnehmbar ist. Wir können ja mal gut schauen. Silav, wie gesagt, die haben auch diese HC-Kühlung. Super leise, genau wie Wendung. Morgen. Also können wir ja nicht so zusammenstellen können.